Ich muss mir jetzt sagen, dass es los geht. Was in diesem Video passiert. Ich muss mir jetzt sagen, dass es los geht. Heute filmen wir mit einer GoPro Hero 8 Black von meinem Freund David. Hallo. Ja, wir sind jetzt hier am Gelände angekommen. Location. Location bitte. Und ja, jetzt holt gerade noch einer seinen Akku und dann geht es auch schon los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gину. Bis zum nächsten Mal herr Valentin, was werden wir heute machen. und haben sie doch schon einen plan wer fängers oder sucher sein wird diesbezüglich 2000 jahre später so nach zehn jahren hat es auch der nächste der letzte sucher geschafft hier einzutreffen also wird die runde jetzt in kürze starten so die sucher begeben sich gerade zu ihrem startpunkt wir werden jetzt auch gleich verschwinden valentin du weißt schon dass sie schon zu zählen beginnen und wir sollten jetzt unser versteck auf so hallo kommt valentin wirklich ein sehr schönes versteck jetzt müssen wir nur hoffen dass die zwei kleinen schweinchen uns nicht finden und damit verabschieden wir uns es ist meine türi ist besta und 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 und